Geht weiter gegen Zaya Molotok. Julia Osmak, das ist eine sie. Das ist schon die dritte Gegnerin heute. Julia Osmak, die ist ziemlich gut. Das ist gar nicht so viel eine Zahl. Zwei, vier im klassischen Schach. Zaya Molotok, A6. Ja, ein ganz, ganz, ganz großer Zug hier. So doof ist der gar nicht. Den ignorieren wir einfach mal. Komm, wir spielen es ein bisschen aufreizend. Komm, ich spiele C4. Keine Ahnung, warum sie das so spielen. Ja, ich muss hier versuchen, auf den weißen Feldern zu spielen. Und nachweisen, dass der Läufer hier nicht gut ist. Sie können natürlich die Damen tauschen. Wenn nicht, dann habe ich damit E2 und mache Druck gegen B5. Turm D1 hier. Ja, Springer A3 zuerst oder zuerst nehmen? Oder zuerst Turm D1 hier. So rum, dachte ich. Jetzt ist der B5 angegriffen. Kann sie decken mit Dame A6, Dame A5. B4 ist allerdings keine Drohung. Ich kann mir erst mal die D-Linie gönnen. B4, kommt Springer C4. Das ist der große Vorteil. Und der Läufer hier ist ziemlich am Müll. Ja, sie tauscht einfach. Warum auch nicht. G3 bin ich mir nicht ganz so sicher. Ich mache es trotzdem. Vielleicht sollte ich Turm D5 spielen. Turm D5 ist eine Idee. Den angreifen. Ja, der Zug ist richtig gut. Schön auf die weißen Felder. Komm, mal ein bisschen Druck machen. Wenn sie nimmt, dann hängt der E5 oder Dame E4 Geschichten. Ja, ich muss ein bisschen Verlauf von H3 aufpassen. Das geht aber in diesem Fall jetzt erstmal nicht. Den Turm B5. Also König G2 ist natürlich irgendwann angesagt. Ja, was Besseres ist hier nicht eingefallen. Machen wir König G2. Jetzt geht aber B4, ne? Ja, nicht wirklich. Irgendwann geht B4, ne? Ne, immer noch nicht. Die D-Springer G4. Ja, jetzt geht aber Turm D5. Nicht unbedingt wegen Dame E4 am Ende. Ja, ich greife hier an. Okay, was verspricht sie sich davon? Einiges, so wie es aussieht. Erhöhen wir mal den Druck. Irgendwann hier nehmen eventuell. Scheiß, die Wand dann. Ist nur eine Blitzpartie. König F7. Dame H5. König F8. Ja, ist nur eine Blitzpartie. Einfach opfern. Machen alle gegen mich auch. Okay. Immerhin drei Bauern für die Figur. So schlecht kann das nicht sein. Vier Bauern. Einfach irgendwas ziehen. Mir fällt nichts ein. Und jetzt ziehen wir die Bauern vor. Und jetzt ziehen wir die Bauern vor. nein wieso dass ich den zu ja schönes ding der nika volkov hatte mal 2600 im blitz einfach mal geopfert tatsächlich der beste zug hier das besser für weiß sind zu viele bauern damit hier schlecht besser laufer d1 sofort hier und jetzt sowas wie laufer g4 und dann die bauern laufen lassen aber das ist wie üblich in zeiten oder schwierig hier stehe sogar schlechter an der stelle damit die zwei und stehe schlechter naja für einzug aber es ist so typisch blitzen schwierig ich dachte sie opfert hier noch schnell aber das müsste gewonnen sein ja weil ich hier die bauern kriere das gewonnen naja